Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Ralf Seiler. Ich arbeite bei ARKU im Bereich Konstruktion und Entwicklung und im Auftragsmanagement der Entgradmaschinen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit unserer Dienstleistung, dem Lohnentgraden. Insbesondere mit der Serienproduktion unserer Entgradmaschine, dem Edge Breaker. Dieser verrundet und entgratet Blechteile aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Titan bis einer Materialstärke von 80 mm. Gerade fallen bei allen Schneid-, Stanz- und zerspanenden Bearbeitungsverfahren an. Hier können wir ein Stanzteil sehen, welches eine sehr scharfe Kante besitzt. Durch das Entgraden und Verrunden auf dem Edge Breaker kann das Sicherheitsrisiko durch die scharfe Kante verringert werden. Im Zweimannbetrieb können 400 dieser Teile in einer Stunde bearbeitet werden. Bei Kleinteilen wie diese ist das Bestücken durch einen Roboter möglich. Die Vorteile des Lohnentgradens liegen darin, dass die gleichbleibende Qualität des Entgraden gewährleistet wird und zudem Durchsatzzeiten und Kosten eingespart werden können. Für den Kunden bedeutet dies, dass er in kürzester Zeit seine Teile zurück hat und neue Aufträge annehmen kann. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, Ihr Ralf Seiler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017